Auf geht's, Leverkusen eröffnet also die erste Hälfte. Thierry. Der Pong. Was machen sie draus? Sind fast schon durch. Und die legen direkt los. Das ist es. Das 1-0. Der Blick auf die Wiederholung geht da vorbei und dann mit ganz viel Klasse. Dieser Abschluss schlenzt den Ball da rein ins Tor. Das stimmt einfach alles. Der Ball ist leicht verzogen zum Einwurf. Jonathan Tarr. Thierry. Hinter die Kette. Gutes Auge hier. Kein Problem. Da ist der Torwart. Nicht zu bezwingen. Gremaldo. Wo war der Andrich? Chaka. Der Fernbrück Gremaldo. To Pong. Weg ist der Ball. Wagner Mann. Und hat das Auge für den freien Raum. Wirts im 16er. Macht er wohl. Der Anstieg beim VfB. So und jetzt der Eckball. Wie gut kommt er? Und da hat fast nichts gefehlt. Lenkt den Ball. Thierry. Jeremy Frimpong. Jeremy Frimpong. Der ist vor der Freiburg. Strafbaumbesetzung ist gut. Wie gut kommt der Ball? Eckball in die Mitte. Was geht draus? Ja und so könnte es gehen. Kopfball noch knapp drüber. Aber das war eine richtig gute Ecke. Ja und auch der... Andro Gremaldo. Ja, der Ball sieht gut aus. Der Ball sah richtig gut aus. Aber die Fahne sind. Zentimetergeschichte, Schmizo. Enge Entscheidung, aber ich würde sagen, richtige Entscheidung. Na, den Ball. Da steht er goldrichtig. Schnappt er sich. Sie gehen weit vorne drauf, machen hier Druck, holen sich den Ball. Den Kick. Und jetzt sind sie hier durch. Der muss weiter aufpassen. Das war eine gute Parade. Komm mal alles rein. Sie wollen irgendwie nochmal Druck aufbauen, um irgendwie noch den Ausgleich zu machen. So kurz vor Schluss. Ja, gut. Bei so einem Volley hast du immer... ...nur. Fast nur die Heimfans zu hören. Kein Wunder bei diesem Spielstand. Das ist ein Chance jetzt auf die Entscheidung. Und sie machen noch ein Tor. Ich glaube, das ist es gewesen. Nur noch ein paar Minuten. Und sie sind zwar in Ordnung. In der Wiederholung sehen wir zunächst diesen großartigen Steilpass. Und dann genau die Lücke getroffen mit diesem ziemlich harten Schuss. Sie sind sofort. Da gibt es keine Chance, irgendwie noch ranzukommen. Und da. Guter Pass wird vielleicht was. Ja, schön zu haben, den Mann. So, und der kommt in die Mitte der Echtball. Oh, das Schlussfeld. Wir sind durch. Bayern Leverkusen packt sich den nächsten Sieg und holt sich drei Punkte für die Tabelle. Eine tolle Leistung war das heute. Oh, das war das heute.